Heutzutage gibt es viele und immer komplexere globale Herausforderungen wie Gesundheit, Energie, Bewölkungswachstum, Klimaerwärmung und natürlich die Nachhaltigkeit. Die ETH wird die Ingenieure, Architekte und Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen von der Zukunft ausbilden, damit sie diese Probleme zugunsten der Schweiz lösen können. Die Studierenden haben wunderschöne Gelegenheiten von ausgezeichneten Professorinnen und Professoren, ihre Kerndisziplin zu lernen, ihre multidisziplinären Fähigkeiten zu verbessern, das kritische Denken zum Lernen und natürlich ihre Kreativität zu fordern. Die ist eine einmalige Chance für jede Einzelne wie auch für die Schweiz. Doe. Du bist Morten Der